Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von krankdurchbrustimplantate. Wir helfen e.V. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten? Dann bleib dran! Hallo meine Lieben, ich bin's wieder die Chrissy. Ich wollte euch mal wieder was erzählen und zwar ist ja jetzt schon einige Zeit vergangen seit meiner Explantation. Ich bin jetzt 8 Monate Post-OP und komplett natürlich noch in der Heilung drin. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert einfach wirklich nochmal seine Zeit. Und Geduld ist eine Tugend, die ich nicht besitze, aber durch solche Situationen lernt man natürlich auch geduldiger zu werden. Und ich arbeite auch an mir. Ich muss kurz dazu sagen, also den Schritt bereue ich auf keinen Fall. Nach der Explantation kam so ein extremes Hoch, weil einfach sehr, sehr viele Symptome ab Tag 1 weg waren. Also ich habe das selber nicht glauben können, aber es war wirklich so. Alleine dieses freie Durchatmen und sich fit zu fühlen gab mir halt so einen Aufschwung. Und ja, ich war einfach überglücklich, das Gift los zu sein und muss sagen, ich bin wieder unter Leute gegangen. Ich habe mich gut gefühlt. Und dann kam aber wieder so ein kleiner Fall. Ich sage nicht großer Fall, weil es mir auf jeden Fall besser ging als vorher. Das steht außer Frage. Aber ich habe mich, der Verein bietet ja eigentlich alle Werkzeuge, die wir brauchen. Sei es bis hin zur Explantation, danach die Heilung und so weiter und so fort. Ich muss aber von mir sprechen. Ich bin da sehr, nicht blauäugig möchte ich nicht sagen, aber mit einem großen Wunschdenken und einer gewissen Naivität in die Explantation rein. Weil ich dachte so, okay, Explantation mache ich und dann ist alles wieder so wie früher. Man lebt einfach so, als ob nichts gewesen ist. Aber das funktioniert halt nicht. Ich habe mich aber nur mit dem Thema Krankenkasse bis hin zur Explantation auseinandergesetzt mit den Themenbereichen. Und aber nicht mit dem Thema Heilung, was kommt danach, sondern nur, was brauche ich alles für die Explantation. Auch mit dem Basenbaden und Vitamine und so weiter. Da habe ich alles wirklich aufgesogen wie ein Schwamm. Und was alles danach kam, habe ich so links liegen lassen, weil ich einfach schon so mit diesem Thema an sich viel zu tun hatte. Und ich habe mich damit einfach nicht befasst, obwohl die Werkzeuge sind da. Sei es Podcast, sei es die Homepage oder auch Facebook untereinander austauschen. Ich habe das aber ich persönlich einfach nicht richtig genutzt, so wie ich es hätte nutzen müssen. Weil wir haben ja sozusagen das Glück, dass wir das alles frei nutzen können, um den richtigen Weg für uns einzuschlagen. Und dann habe ich das aber schnell gemerkt, wo dann der Fall kam, dass es mir dann wieder schlecht ging und ich Schwindel hatte. Und ich habe einfach vieles auf Eis gelegt, weil was macht der Mensch, wenn es einem gut geht? Aus dem Auge, aus dem Sinn. Man macht einfach nicht mehr so viel, wie man eigentlich machen sollte. Und dann habe ich mich halt mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt, habe mich auch eingelesen. Und habe mir dann hier vor Ort eine Heilpraktikerin gesucht, die auf Darmgesundheit und Autoimmunerkrankungen spezialisiert ist, weil ich immer gerne mit jemandem spreche, von Angesicht zu Angesicht. Und hatte über Insta ja schon länger mit jemandem Kontakt, seit ich meine Diagnose Hashimoto bekommen hatte. Und mit denen war ich dann einfach in Kontakt und habe dann, wie gesagt, das Thema Heilung angegangen. Also ich habe mir ein großes Blutbild machen lassen. Natürlich auch mit Werten, die der Arzt nicht abnimmt, aber ich habe darauf bestanden. Ich habe sie selber bezahlt, aber ohne diese Werte hätte ich einfach den Weg nicht so beschreiten können, wie ich ihn jetzt gehe. Habe Stuhlproben abgegeben, wo dann auch rauskam, Diagnose Leaky Gut und so weiter und so fort. Die Heilpraktikerin hat mir dann einen Therapieplan zusammengestellt. Ich habe jetzt meine Ernährung angepasst, nehme zusätzlich natürlich für den Darm Produkte. Ich bin jetzt noch aktuell in der Stabilisierungsphase. Das heißt, dass der Darm einfach weiß, okay, da kommt jetzt bald mal was. Und die nächste Phase ist ein leichtes Detox. Dadurch, dass ich ja eh schon vorerkrankt bin mit dem Hashimoto, kann ich jetzt nicht einfach einen Detox anfangen, weil das würde dann meistens nach hinten losgehen. Und ich mache das alles mit Begleitung. Aber über die Gruppe wird ja auch viel angeboten, sei es Podcasts oder man kann Damen anschreiben, die sich auch mit dem Thema befassen. Also ich persönlich könnte es nicht ohne Begleitung, weil ich einfach auch mit der Materie überhaupt nicht vertraut bin. Ja, ich muss sagen, ich merke schon Unterschiede. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen und das geht auch nicht in ein, zwei Wochen oder in einem Monat. Das dauert Monate, diese einzelnen Phasen, weil wir haben uns auch lange mit dem Gift leider verseucht sozusagen. Und dann kann man nicht erwarten, okay, die Teile sind jetzt raus und dann ist aber in einer Woche wieder alles tutti. Also das funktioniert nicht und das habe ich auch festgestellt. Und wie gesagt, ich bin in der Stabilisierungsphase. Ich merke einen Unterschied zum Beispiel, dass ich weniger Magenkrämpfe habe, Beschwerden. Natürlich habe ich die Ernährung etwas angepasst. Wenn ich meine Periode bekomme, hatte ich eigentlich immer einen Tag einen kompletten Knockout. Also da ging nichts. Und die Schmerzen habe ich auch nicht mehr. Ich habe es jetzt letztens gar nicht gemerkt, dass ich sie bekommen habe. Und daran sehe ich, oh, es geht voran. In kleinen Schritten, aber es geht voran. Und man muss auch für diese kleinen Schritte einfach dankbar sein. Mir fällt das manchmal noch sehr, sehr schwer, weil ich, wie gesagt, nicht diese Geduld habe und denke, wie lange dauert das noch, wie lange dauert das noch. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Ja, und deswegen versuche ich, mich in Dankbarkeit zu üben für kleine Schritte. Und werde dann natürlich auch berichten, wenn ich mit dem Detox starte, wie das verläuft, was ich merke. Und dann beginnt natürlich dann wieder der Aufbau danach. Und dann hoffe ich, dass es dann wirklich bergauf geht. Ich weiß, das wird jetzt noch eine Zeit lang dauern, aber die Zeit muss ich mir einfach geben, meinem Körper geben. Ich muss mir selber so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil der Druck lähmt mich halt auch sehr extrem. Ich bin ja noch in Hypnose. Das hatte ich dann auch eine Zeit auf Eis gelegt. Das war auch ein Fehler, weil man muss einfach ganzheitlich gucken. Psyche, Körper, Seele, Umfeld, Familie, das muss alles irgendwie passen, damit man halt auch richtig heilen kann. Und dann geht es auch schneller. Weil wenn eine Sache nicht passt, dann macht sich das bei den anderen Sachen einfach bemerkbar. Und ich habe jetzt, denke ich, meinen Weg gefunden. Ich habe Leute an meiner Seite, die mir helfen, sei es mein Hypnotiseur, meine Heilpraktikerin oder auch Kontakte über Instagram. Und ich denke, da bin ich gut aufgestellt. Natürlich auch über den Verein. Ich meine, man kann im Facebook immer alles fragen oder die Birgit auch oder die Damen. Also da steht immer die Tür offen. Das finde ich halt super, weil wie viele Leute haben solche Werkzeuge? Ja, und das muss man einfach auch nutzen. Und das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Und das habe ich dann aber auch bereut. Aber ich hatte den Kopf da einfach nicht für. Also wie gesagt, der Kopf war erst Krankenkasse, Explantation und dann Schaume weiter. Aber ich habe die Kurve bekommen und denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Einblick gewähren, wie es bei mir gerade so oder wie es bei mir gerade so läuft. Und ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es bei mir in die zweite Phase geht, was das Detox angeht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.